Eine Panikattacke dauert ca. 10-20 Minuten. Eigentlich geht die Angst von einem selbst wieder weg. Der Körper ist eigentlich nicht dazu gemacht, um länger Angst zu haben. Angst ist etwas, das uns schützt, das uns vor einer Bedrohung schützt und uns am Überleben halten sollte. Und wenn die Bedrohung vorbei ist, dann sinkt die Angst wieder. Eine Bedrohung ist man oft nicht so lange ausgesetzt. Der Körper wird darauf vorbereitet, sich zu schützen, indem er entweder kämpft oder davor springt, also flüchtet. Und nach einer gewissen Zeit sollte die Situation überstanden sein.